Loll! Oh! 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 Mann ey! Wenn ich das vergleiche mit dem Buh, was wir vorhin gefacet haben in der Schlucht, da könnte ich schon wieder weinen. Ja. Wenn ich down bin. Oh, hi. Oh nice. 1 gegen 1. Ich mach's mit dem Kugler. Kannst du hier überhaupt spielen? Mir kenne ich es doch gar nicht auf! Wie geht das? Ich muss hier irgendwie hoch! So, jetzt rußte ich mich! Jetzt auf das Piraten Ding. Nein, dein Kugler. Der Fisch Sehr gut, Migidu Hast ihn Aber wir haben wieder 20 Punkte, Alter Also Europa, da sind wir ganz weit vorne Lasst mal gucken, wie weit wir in Europa ran sind Wir haben auch 7 Kills, das möchte ich mal anmerken Das gibt 7 Punkte schon mal Man muss genau im richtigen Moment loslassen Dann gibt es noch einen Zusatzboost Das ist Die Schwierigkeit Irgendwie wurde da was gebaut Bei Dusty Bist du ein Kanonentyp, dass wir uns da rüber schießen Oder Ah, wenn man lange den Grappler hält Dann lädt er auf Und dann ist der Boost größer Ich zeig mal ganz kurz Ne, wieso sieht man das jetzt nicht? Warte Man kann irgendwie dicke Boosts landen Ne, ne, ich bin grad extra schlecht Aber ich muss Okay, wo wollen wir hin? Äh Pff Mir ist es Mir ist es egal In Dusty sind glaube ich Gegner Da sind noch Pilze für dich Der Grappler zieht einen dran, okay Micky, wir machen jetzt folgende Taktik Okay Ich ziehe komplett durch mit dem Kugler Und versuche richtig Highspeed zu erreichen Ja Hab ein Jumppad für dich gedroppt Und wenn ich im Fight bin Kommen Sie ganz schnell mit dem Jumppad an Okay Machen wir Das hört sich nach einer Taktik an Da muss ich mal ganz kurz gucken Kann man dann Kann ich mich dann auch komplett einfach hier hochziehen Als Beispiel Ja und jetzt Kann ich jetzt boosten Kann man einfach einen Berg hoch Komplett senkrecht Oh ja Hier ist eine Schatzkarte Aber die ist jetzt egal Wir machen jetzt die Kugler-Taktik So ich ziehe durch Ja Das ist schon besser aus Erstmal anziehen Und Kugler auf 15,30 15,30 Was soll das heißen Zwischen 15 und 30 Achso Ich dachte mal jetzt 150 Irgendwas 15,30 Oder so ein Shit Legner vor mir mit Kuglern Ja Lass die töten Ist du da? Machen Geysir-Action Ich gehe mit dem Kugler in den Geysir Okay Ne Hier sind zwei Teams Na mal los Oh ich habe einen übel gehittet Mit 3mH Habe einen Wo ist der andere? Bei mir Pass auf Der hat einen Raketenwerfer Ne? Habe ihn Hast du ihn tot? Ja Habe ihn auch weit Aber gut gemacht Ja Nice 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 Oben 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 Null Mets Oh ja der hat Loot Und auch Und auch Ne Keine Mets Hast du Mets noch übrig? Äh ja Ich kann die aufteilen Ja Danke Mann Hast du noch Rockets? Ne Oh Alright Hat einen Headshot Max Der ist ultra ok Hab ihn Oh Digga war der wie Weißt du der macht so Insta Edits Und äh Digga der ist so überlegen Das ist so krank Mach auf zu Deckel drauf Beides wieder auf Schießt einmal rein Äh Gute kacke game Eigentlich wäre ich tot Ich brauche AR Moon Ich habe wieder nur 30 Schuss Das wäre super Danke Zack Der Chuck sah echt nice aus Wie man den trinkt Sehr gut Das kann man mal weg Oh ja Gegner vor mir Wo denn Wo denn da Ich war irgendwo direkt vor mir Ganz close Oder Die haben hier gerade einen Baum abgebaut Oh ja ich sehe einen Komm ein bisschen in die Zone Hedgeshot mit der AK Ja gleich Ist noch ein bisschen Okay Ah Leute ich hab die Minis liegen lassen Jetzt mein ganzer Chat wieder sauer Aufs Süden hab ich einen Heavy Sniper Shot gehört Die kommen die kommen Die kommen Die Engaged auf ihn mit Jump Head Hat einen Headshot drin Einer ist oben Hat drei jetzt Max ist sehr low Hab einen Ich schieße rein Max Hilfe Ich sehe dich Ich helfe dir Headshot 75er Hol ihn dir Aber der hat noch Schild Noch ein 38er Hast du da noch einen bei dir oder was Ja 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 Oh nein der ist Ultrakram Was baut denn der wieder Daneben Kein Schuss Hab ihn Hast du ihn Ja hast du ihn echt Ja Alter Alter Das sind normale Duos Ich denke ich bin im Scheißt Turnier um 100.000 Vom Samstag Ist hier irgendwas noch mese Oder irgendwas mitnehmen War hier ne Heavy Ja hier ist eine Wirklich Blau Hier sind zwei Ne äh Sorry Bein lila ne Achso das nicht ne Hast du Rockets Ich auch mit Rockets Ich erst Geht los Hab ein U-92 Schuss Schade Brauch Hilfe Ich brauch Hilfe Ich kämpfe gegen die Leichen Ja aber der ist Low Oh Gott da kommen über die Schwitzer Ist der andere hier noch immer uns drin Hast du ihn Ne 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 Ich hab nur den einen den ich gedownt hab geholt Ja die sind da vorne Ah der Blue trifft halt nicht Gegner vor uns Nehmen wir uns noch einer Rennt nach hinten raus Digga what the fuck dass ich da nicht hochkomme Ich hasse so welche Jumps Wo bist du? Bist du außerhalb der Zone noch oder? Ich laufe den gleichen Ne ich komm Ich greife den gleichen an wie du Okay gut nice Okay der fliegt Der noch gut leben Hab ihn Nice Die kommen jetzt die kommen jetzt Wo sind die? Close vor mir Direkt 20 Meter Hat ein Headshot drin Oh mein Gott nice Ich hab mir glaube ich einen direkten Raketenverfahren Hast du ihn? Ja Digga was hat Ich hab ihm glaube ich einen Raketenwerfer-Headshot gegeben Ich hab ihm einen Raketenwerfer-Headshot gegeben Es ist ja nicht mehr auszuhalten Was geht denn hier ab? So zwei gegen zwei Das ist unsere Runde Da hinten ich seh sie Ich seh sie schon Wurde? Äh N O N O Wie viele Kills hast du? Ich hab mir nur einen Kill Ich hab mir zu viel Schaden verurte Wie viele Kills hast du? Elf Halt's Maul Digga Ne Elf Und ich hab einen Ich seh es jetzt erst Ich denk so Ja nice Wir sind ein gutes Team Richtig geil Ist doch gut Ist ist gut Wir haben gut gespielt Max Kann man nicht anders sagen Hast du Raketenwerfer? Ja Oh Headshot Schick mich rüber mit Rocket Komm Rocket los Ich hab ihn noch nie mehr mit ihm gemacht Sei leise Sei leise Doch komm Schick mich rüber Ich sterbe selber Komm Schick mich hoch Michi sei leise schnell Konzentration jetzt Schieß sie runter Wo ist denn der Wunde der? Nice Boah Der hat also die Heavy Sniper Shots Boah Die waren Geil Die waren geil Gute Runde Also die würde ich mit dem Try-Max spielen Ja, nice, okay Gut, wir sind fertig Der Kugler finde ich geil Mir kann ich erstmal rausfinden Wird die ganze Zeit langsam rangezogen mit dem Grappler Kann irgendwie aufladen Kann dann einen noch krasseren Boost machen Wenn man von Baum zu Baum steht, kann man da richtig Geschwindigkeit aufnehmen Finde ich cool, ist der Flugzeugersatz Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare Das war's mit ihm Untertitelung des ZDF, 2020